Ja hallo, hier ist der Dirk von Camp Nation. Wer unseren Kanal bei Instagram verfolgt hat, hat mitbekommen, dass PeggyPack vor ein paar Wochen bei uns gewesen ist und wir gemeinsam darüber signiert haben, welche Schraubheringe der Firma PeggyPack denn sinnvoll wären für ein Familienzelt. Wer dieses Video noch mal in lang sehen möchte, der kann bei PeggyPack auf der YouTube-Seite gucken. Da ist das Video noch mal drin, wie wir zu diesen beiden Packages gekommen sind, die jetzt zu uns geliefert worden sind vor zwei Wochen. Wir haben einmal ein Familienpaket, ein Heringspaket, was komplett für Familienzelte geeignet ist. Sprich, hier findet ihr genügend Heringe, um selbst ein großes Familienzelt eben mit Schraubheringen zu befestigen. Und hier ist natürlich auch ein Adapter dabei, den ihr wahlweise für den Akkuschrauber benutzen könnt oder eben einen Griff dabei habt, um es händisch einzuschrauben. Und, und das war mir ein sehr großes Anliegen, haben wir zusätzlich ein Sturmpaket für Familienzelte entwickelt oder zusammengestellt. Hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr ein Familienzelt habt, was nicht so sehr große Sturmseile hat, hier noch mal zusätzlich mit diesem Package zu arbeiten, damit ihr hier richtig gut euer Zelt befestigen könnt, z.B. wenn ihr an der Küste steht und der Windarg von vorne in euer Zelt beutelt. Beide Pakete zusammen könnt ihr einzeln bei uns erwerben. Das große Starterpaket für Familienzelte kostet 79,95 Euro und das Sturmpaket kostet 69,95 Euro. Beide zusammen zwar ein ordentlicher Preis für das Paket, aber wer ein großes Zelt hat, was im Sturm steht, der wird sehr dankbar sein für dieses Set. Jetzt, in den ersten zwei Wochen nach Erscheinen dieses Videos, findet ihr unten drunter einen Gutscheincode, wo ihr das zum Starten nochmal für 10% Rabatt kaufen könnt. Sprich, wer nochmal zuschlagen möchte, weil er vielleicht mit dem Hering an seinem Zelt nicht so zufrieden ist und das Ganze durch Schraubhering ersetzen möchte, der kann jetzt gerne auf unserem Online-Shop gucken. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Bis dann, ciao! Musik 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 Vielen Dank.